Ein kostenloser Tipp für alle Leute da draußen, die nicht wissen, wie sie Statements machen sollen. Das Statement war ein Fehler! Das war so ein Fehler, Mann! Halt dein Maul, Digga, ist das krass. Du, ich, dieses Video, das ist die richtige Entscheidung gewesen. Aber wenn du es geguckt hast, dann schau doch mal bei Meinungsmacher vorbei. Da gibt es jeden Tag neue Informationen aus den Nachrichten und aller Welt mit politischen Themen. Oder vielleicht beim zweitklassigen Reaktionskanal. Denn wir haben so viele Reaktionen, dass die halt nicht auf den Hauptkanal passen. Also guckt da gerne vorbei. Und jetzt weiter mit dem Video. Cut! Oh no, Sascha hat ja letztes Mal ein sehr gutes Video zur Klamotte von Kyla Scheichs gemacht. Scheißwear heißt das. Und hat sich rausgestellt, dass mit der Hilfe ihrer fantastischen, qualifizierten Meisterschneiderin-Mam das Ganze einfach nur nicht so geil ist. Also die Klamotten sind nicht so geil. Jetzt hat sie ein Video rausgerendert, da steht Kyla Scheichs, wie uneinsichtig kann man sein. Und jetzt, das geht wahrscheinlich um das Feedback. Und von dem Feedback habe ich sicher nichts gehört. Also ich habe keine Ahnung von dem Feedback. Wir gucken jetzt mal, wie das Feedback war. Das klingt jetzt in erster Instanz nicht so gut. Es ist heute Tag 18 Uhr mit eurem Girl. Und ich möchte auch schnell ins Video starten, denn ich muss mit euch reden, Zuschauerschaft. Das klang jetzt ein bisschen ernster als geplant. Keine Sorge. Papa und Mama trennen sich nicht. Damit meine ich wieder hinten. Aber ich habe einiges auf dem Herzen, was ich doch ganz gerne mit euch besprechen würde. Ich habe letzte Woche... Ach, bei Rammstein wart ihr alle hinter ihr gestanden. Hm. Wie erkläre ich dir das jetzt? Satire, keiner versteht es mal wieder. Was an deinem Kommentar ist Satire? Weil für mich klingt das nach Waterbottism. Aber bei Rammstein habt ihr hier noch alle zugehört. Ich hätte jetzt gerne gewusst, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Also wie die Opferberichte von sexuellem Missbrauch mit der Qualität von Kleidung zusammenhängen. Hm? Bitte? Kannst du mir das kurz erklären? Ich gieße mir derweil noch einen Tee ein, ne? Komm, doch keine Antwort. Das ist ja komisch. Nebenwarte wurde immer so schnell geschrieben. Aber immer wenn ich frage, warum das ist, dann wird nicht mehr so schnell geschrieben. Das Video hochgeladen. Shikes Wear, warum die Modewelt ohne Influencer besser dran wäre. Und wie einige von euch wissen, haben meine Mama und ich seit Jahren ein Format, wo wir mal vereinzelt Marken hinterfragen. Ob beispielsweise von deutschen Inf... Ich glaube, der Typ hat gerade einfach den Stream verlassen. Influencern, aber auch teilweise von Rihanna oder Kylie Jenner. Meine Mama ist gelernte Schneiderin. Ach, es hat keinen Sinn. Tschüss. Alter vier. Schneiderin und ich bin die professionelle Modepolitik. Eine Sache davon stimmt. Wir hinterfragen also Marken hinsichtlich ihrer Verarbeitung, Versprechen oder auch Preisverstellung. Unser Ziel ist es aber auch aufzukehren, worauf ihr achten könnt. Was vielleicht ein guter Stoff ist, wo ihr vielleicht nicht drin schwitzt, für welche Zwecke das geeignet ist und, und, und. Also es gibt super viel, was ihr hier mitnehmen könnt. Also auch ich. Auch ich. Ich lerne immer wieder was dazu. Das Ganze tun wir aber unter der Prämisse, den Leuten nicht auszureden, es zu kaufen. So, jetzt kommen wir zurück zu diesem Video, denn das hat einigen von euch sehr gut gefallen. Es gibt aber auch... War wirklich ein gutes Video. Das lag aber auch an der sachlichen Auseinandernahme der Inhaltsstoffe und der Textilien. ...licherweise Leute, denen es nicht gefallen hat. Und darunter ist Kyla Scheix, also die Macherin hinter der Marke Scheix. Diese hat vier Tage nach meinem Video ein Statement auf ihrem Instagram-Kanal gepostet. Ein Form... Wollt mich in einem Statement machen? Oh no, oh no. Es ist wieder eine verstarne Chance für das Statement GmbH. Oh nein, eine vertane Chance. ...von einem langen Text. Dann hat sie noch ein Video hochgeladen bei Instagram. Also eine Story und auch nochmal eine andere Sequenz, wo sie etwas hingeschrieben hat und auf ihre neue Kollektion verwiesen hat. Und ich muss sagen, als ich das Statement gelesen habe... Junge, mir ist das Gesicht aus dem Gesicht gefallen. Wie heißt das denn? Mir ist auf jeden Fall alles... ...aus dem Gesicht gefallen. ...aus meinem Gesicht gefallen. Crazy. In diesem Statement ist sie nicht nur auf die Kritik nicht eingegangen. Und das waren ja 35 Minuten, das war ja schon ein echt langes Video. Sondern sie hat auch versucht, mich zu diskreditieren. Mir einige Dinge vorgeworfen. Und ich muss sagen, in all den Jahren, wo wir bisher Videos gemacht haben zu den verschiedenen Marken, zu den verschiedenen Influencern, ist mir sowas noch nie untergekommen. Ein kostenloser Tipp für alle Leute da draußen, die nicht wissen, wie sie Statements machen sollen. Das beste Statement, das man erstmal machen kann, ist, kein Statement zu machen. Dir schreiben ganz viele komischen Pepegas in deinen Instagram-Kommentaren rein. Hast du schon das Video dazu gesehen? Musst du unbedingt darauf antworten? Hast du schon eine Reaktion darauf gemacht? Halt deine Klappe. Halt deine Klappe. Warte. Warte länger. Du denkst, du hast lang genug gewartet? Warte doppelt so lang, wie du bisher gewartet hast. Du denkst, du hast dann lang genug gewartet? Warte noch eine Woche. Und dann kannst du darüber nachdenken, irgendwas dazu zu sagen. Nie ist jemand so uneinsichtig gewesen. Also die meisten antworten ja einfach nicht darauf. Das ist das, was ich gewohnt bin. Die sind halt so, ja, eigentlich wissen wir es so. Aber naja, egal. Genau wie der Kommentarschreiber, der eben gerade von mir outgecallt wurde. Der hat gesehen, er steht auf verlorenen Posten. Der hat kurz gesagt, Satire. Ich hab gesagt, erklär mal bitte. Und er hat gesagt, no, ich bin raus. Ich bin weg. Ich bin sowas von Gordon. Get the fuck out of here. I'm not there anymore. Wir antworten ja einfach nicht darauf. Aber Kyla hat darauf bestanden zu antworten. Meine Konsequenzen aus diesem Wissen gezogen, die ihr natürlich alle jetzt nicht seht. Und wenn dann eine Sashka so ein Video macht, dann denkt die auch gar nicht daran. Aber vor allem die Leute, die mich halt sonst nicht kennen. Aber naja. Und deswegen würde ich das gerne gemeinsam mit euch aufarbeiten, um vielleicht auch Sachen aufzuklären, nochmal aufzuzeigen und vielleicht auch die Kritik nochmal deutlicher rüberzubringen, was denn das eigentliche Problem ist. Also starten wir doch schnell ins Video. Heute live am Sonntag um 18 Uhr mit eurem Girl Sashka. Das Thema Shikeswear verfolgt mich schon seit Jahren. Das habe ich ja auch in meinem Video gesagt, dass ich mich sehr, sehr lange vor diesem Video gedrückt habe. Ich habe bereits in einem einzelnen Video gegenüber About You kritisiert, dass ich es ein bisschen fragwürdig finde, dass man mit so, so vielen Influencern eine Kollektion rausbringt, wo die Sachen eigentlich nichts Besonderes sind. Aber naja, Hauptsache, wir geben einem Influencer die Möglichkeit, eine Marke zu designen. Also, dass da Angela Merkel nicht eine Kollektion hat auf About You, wundert mich schon wirklich doll. Ich bin ja mal gespannt, ob Angela Merkel dazu irgendwann mal ein Statement macht. Vielleicht schaltet die sich ja auch irgendwann mal einen Mainstream ein. Hat sich auch keiner dazu geäußert, ebenfalls auf Instagram. Ich habe diese Story leider nicht mehr. Aber sehr, sehr viele Leute haben mir genau das in die Kommentare geschrieben, was sie gesagt hat. Dass sie eben am Anfang nicht so viel mit dem Thema Nachhaltigkeit, also nicht so viele Berührungspunkte hatte und nicht wusste, wie das da abläuft und sie daran arbeitet, dass es besser wird. Zwei Jahre später habe ich mich aber final dazu entschlossen, diese Marke wirklich mal anzugucken, weil es mich dann doch persönlich sehr interessiert hat, okay, was steckt denn dahinter? Kyla ist eben ein Mensch, der sich gerne für die Umwelt eingesetzt hat, im Rahmen einer Kooperation mit einem Schokoriegelhersteller nach Indien geflogen ist, um dort Plastikmüll einzusammeln. Super Sache, finde ich richtig cool. Die hat er auf ein Projekt aufmerksam gemacht. Ja, wir haben letztes Mal schon gesagt, die hat Ressourcen für ihre neue Kollektion gesammelt. Was notwendig ist, dass da Recycling nicht so gut funktioniert und dass da Tonnen von Müll liegen. Alles super, finde ich richtig cool. Mit diesem Hintergrund und auch anderen Aktionen von früher, wo sie sich aktiv für die Umwelt eingesetzt hat, habe ich dann in Frage gestellt, inwiefern das mit ihrer Marke vereinbar ist. Und auch 2021 war sie bei dem Projekt dabei von Utopia, wo es primär um die Umwelt geht. About You ist ein Fashion-Riese und About You macht auch super, super gerne Fast Fashion. Genauso wie die Kollektion von Kyla Scheix. Es ist Fast Fashion, die Sachen werden sehr kurzfristig hintereinander produziert, es ist ständig irgendwas Neues da. Die Verarbeitung der Produkte leidet auch eben darunter, dass man alles immer so flott hintereinander rausbringt, weil man sich nur auf die Masse von Klamotten konzentriert, aber nicht auf die Qualität der Klamotten. Und sehr gerne werden dann... Wieso nicht die Leute vor Ort für die Arbeit vernünftig bezahlen? Kommen wir mal zu einem anderen Problem. Ich sage das immer wieder. Leider hat sich eine gewisse Gruppe von Menschen, nämlich der Konsument, sehr daran gewöhnt, dass Produkte im Textilsektor sehr, sehr günstig sind. Da ist das Höchste der Gefühle, wenn man für sein T-Shirt 20 Euro zahlt. Und ich kann euch sagen, wer für sein T-Shirt 20 Euro zahlt, zahlt keinen fairen Preis. Zumindest nicht, weil er denkt, dass das ein fairer Preis ist für ein hochwertiges Produkt. Dann auch billige Stoffe eingesetzt, wie beispielsweise Polyester. Wir haben auch einige Sachen positiv hervorgehoben, beispielsweise die Sachen, die aus Baumwolle waren. Gleichzeitig haben wir aber auch die Preise hinterfragt. Ist die Qualität diesen Preis wert? So, jetzt habe ich euch das so ein bisschen zusammengefasst und aufgezeigt, warum man das hinterfragen konnte. Denn die Werte von Kyla, Umwelt, Plastik, Müll. Genau, viele können sich faire und ordentliche Kleidung nicht leisten. Aufsammeln. Und Fast Fashion Marke. Also Fast Fashion ist ja maßgeblich für sehr, sehr viel. 20 Bro, so viel verdiene ich nicht mal. Bruder, du solltest dringend nach einer Taschengelderhöhung fragen. Müll auf der Welt verantwortlich. Also das könnten auch irgendwelche Klamotten sein, die da am Strand liegen. So viel Fast Fashion auf der Welt und es steigt kontinuierlich an. Und das zusammen hat einfach nicht zusammengepasst. So, und jetzt landen wir hier und zwar bei Kyla's Statement. Ich würde das gerne Absatz für Absatz durchgehen. Ich lese euch das kurz vor. Leute, die von Saschkas Video kommen, in dem ihre Mom 70% der Zeit den Style und Schnitt für Gen Z kritisiert, wollen mich in ein Statement mobben. Wir haben nicht 70% der Zeit, vielleicht ist das auch einfach übertrieben dargestellt, aber wir haben nicht Style und Schnitt von Gen Z kritisiert. Ja, wir haben ab und zu unsere Meinung gesagt, aber wenn wir hier bei Style sind, das, was wir zum Thema Style kritisiert haben, war, dass man hier auf der Webseite schreibt, ja, das hat Einflüsse aus den 90er und 2000er Jahren, aber eigentlich hat man 1 zu 1 nur die Looks von früher kopiert und da seinen Namen drauf geklatscht. Ja, das ist auch normal, dass Mode wiederkommt, aber das waren keine Einflüsse mehr, das war wie eine Raubkopie. Wir haben sogar in unserem Video gesagt, dass man das Rad nicht neu erfinden kann, aber du kannst den Leuten die Möglichkeit bieten, eine bessere Qualität zu kaufen. Früher hatte man da, oder hatte man nicht die Möglichkeiten, darauf zu achten. Das Rad kann man nicht neu erfinden, aber man nimmt die alte Basics und dann findet man neu. Und das gab es schon mal vor zig Jahren. Es muss nicht nur irgendwie nur bunt sein, es muss dir was bieten. Es ist erschreckend, dass die Kollektion dir keinen Bonus bietet. Das ist weder schön, noch qualitativ hochwertig gemacht, noch nachhaltig oder irgendwie langlebig. Also es gibt so viele tolle Möglichkeiten, aber man entschließt sich dazu, einfach Basic-Produkte zu verkaufen mit teilweise katastrophalen Stoffzusammensetzungen, die bitte nicht nah an deinen Körper sollten. Das ist es dann. So ja, wir haben ab und zu mal gesagt, und das ist die persönliche Meinung, da habe ich extra darauf hingewiesen, dass das nur unsere Meinung ist und nicht für euch gilt, dass wir manche Sachen davon nicht schön finden. Das ist wieder mal der Fall. Mode, Geschmack, persönliche Präferenz. Ob man vielleicht auf weite Ärmel steht oder beispielsweise dieses Sternchenmuster. Und nur weil wir das vielleicht nicht ansprechend finden, heißt das nicht, dass ihr das nicht ansprechend finden müsst. Ich habe das Gefühl, dass solche Influencer sich die Kritikvideos zusammenfassen lassen wie von Big Mac. Die gucken das nicht. Wenn sie das geguckt hätte, würde sie sowas ja nicht sagen. Kauft das ruhig, tragt es. About You wird sich da mega drüber freuen. Aber das ist nicht 70% der Zeit, Style und Schnitt kritisieren. Das ist es nicht. Die meisten Influencer sind auch keine Modedesigner. Es gibt keine Berechtigung dafür, warum sie sich hinsetzen und überhaupt Mode rausbringen. Und dann ist das auch nur noch Mode, die es eigentlich früher gab. Da haben sich auch einige in den Kommentaren bei mir dazu gemeldet, dass sie selbst Modedesign studieren oder etwas in die Richtung machen und das ziemlich belastend fanden, was man in den letzten Jahren beobachten konnte, dass sich so, so viele Influencer einklinken, meist mit eben Fashionriesen zusammen und unbedingt etwas rausbringen wollen. Also das konnte man sehr, sehr gut beobachten, damals bei Naked. Jetzt auch About You. Also seit mehreren Jahren vermehrt exzessiv About You. Und es ist halt schon ein Kontrast. Es gibt halt einen Unterschied, wenn man sich wirklich aktiv mit Mode befasst, das vielleicht sogar studiert, in dem Bereich tätig ist. Oder wenn man sich einfach nur einen neuen Namen ausdenkt und den dann auf meiner Meinung nach vorgefertigte Designs klebt. Leute wollen sie in ein Statement mobben über eine Marke, die sie mit 19 Jahren ohne Expertise angefangen hat. Aber jedes Jahr hat sie daran gearbeitet, nachhaltiger zu werden, was auch immer offen kommuniziert habe und jede Info online zugänglich ist. Nur weil es euch neu ist, ist es für mich nicht neu. Guck mal, genau das, was ich meine. Was befähigt eine 19-Jährige ohne Expertise eine eigene Marke aufzubauen? Ja, weil, naja, sie hat halt eine Zielgruppe. Das kaufen halt Leute. Bruder, Leute haben auch diese dämliche Rohartbrille gekauft. Die scheint ja zum Teil ausverkauft zu sein. Bruder, es gibt halt immer einen Kunden für immer irgendein Produkt. Da gibt es halt auch einen Kunden, der sagt, ich will eine Blaulichtfilterbrille kaufen. Oder ich will diese ganz tünne Textil von Kyla Scheichs haben. Es gibt halt immer einen Konsumenten, der sowas holen kann. Es findet sich immer irgendwer. Make no mistake about it. Und es gibt überhaupt keinen Anspruch an die Qualität. Gar nicht. Nichts. Und das Frustrierende ist, was ich in der Vergangenheit beobachten konnte, ist, dass diese Marken, die werden ein, zwei, drei Jahre durchgerockt und dann ist plötzlich so ein Super Sale und dann wird sich nicht mehr um die Marke gekümmert. Aber bis dahin war man so stolz drauf und man wollte die Welt verändern mit dem 30. Blazer, den man da rausbringt. Aber irgendwann sagt man dann gar nichts dazu und lässt die Marke einfach ausfaden und da kommt nichts. Für Tastaturen sind hier gerade 8000 Kunden im Chat. Ja, bloß wir haben keine 8000 Tastaturen. Das ist das Problem. Oder beispielsweise Sonny Loops sagt, ja, ich möchte was Besseres produzieren. Wir haben nicht mal eine Tastatur, weil die alle ausverkauft sind. Weil die Bedingungen bei About You einfach nicht so das waren, was sie wollte. Deswegen, das wird qualitativ hoffentlich sogar noch besser werden, weil wir jetzt nicht mehr den Rahmen von About You sozusagen treffen müssen, weil die hatten uns halt zum Beispiel vorgegeben, wie viele Stückzahlen wir machen müssen. Es musste pro Kollektion mehr werden und dann mussten wir immer in so einem gewissen Segment bleiben, preislich und mussten dadurch halt auch Abstriche machen und das möchte ich jetzt halt nicht mehr. Bis dahin hat man aber 0815 Kollektionen produziert, die die Welt schon tausendmal gesehen hat und das Einzige, was neu an diesen Sachen war, ist der Name im Etikett. Oder geht es vielleicht einem darum, nur eine Modemark zu haben? Ich weiß es nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass all diese Personen immer den Traum hatten, Modedesigner zu werden. Naja, das Problem ist, als Influencer kriegst du es halt mehr oder weniger mit den ersten paar hundert Zuschauern auch in die Wiege gelegt. Als Streamer beispielsweise ist das halt ja auch tief mit Twitch verankert. Du kriegst halt irgendwie so ein mach doch dein erstes Fanshirt. So und dann druckt man da sein Emote drauf und dann gut, tschüss. Das kriegst du halt zusammen so. Das ist 2014, 2015 ist so der Ablauf gewesen. Hat jeder so dein Teespring-T-Shirt gehabt oder sein QWERTY-T-Shirt und dann, ja gut. Vor allem, weil es keine sind. Es sind keine Munddesign. Es sind am Ende immer noch Influencer und in den meisten Fällen, nicht auf About You gezogen, aber in den meisten Fällen ist das einfach so, dem werden Vorschläge gemacht, dem wird dann gesagt, hier wähl mal aus, oh du darfst eine Farbe bestimmen und das war's dann. Das ist die Eigeninitiative, das ist die Eigenleistung, die dann bei diesen Kollektionen so abläuft. Ich habe schon letztes Jahr beschlossen, Shikeswear erstmal zu pausieren, da die Möglichkeit für Nachfertigkeit mit About You realistisch gesehen eingeschränkt sind und langfristig nicht mehr mit meinen Ansprüchen und für meine Marke vereinbar ist. Die diesjährigen Kollektionen waren schon lange in Produktion. Ich habe schon letztes Jahr beschlossen. Okay. Wurde das denn auch letztes Jahr kommuniziert oder sollte man das riechen? Vielleicht wurde das ja kommuniziert und keiner hat es mitbekommen. Auch wenn sich mein Team diesbezüglich Mühe gibt. Die Sache mit der Nachhaltigkeit ist bei About You eingeschränkt. Das passt nicht mit der Marke zusammen. Dennoch haben wir jetzt super viele Kollektionen produziert, die ihr alle kaufen könnt, obwohl das nicht mit den Werten übereinstimmt. Ja, und jetzt kommen wir zu dieser Weißt du, was es ist? Das Taddelparadoxon. Ich nenne das das Taddelparadoxon, Digga. Ich nenne es das Taddelparadoxon. Du hast das leider bestellt, aber jetzt musst du dich selbst exposen und jetzt hast du es ja schon bestellt. Jetzt, ach Mann ey. Jetzt ist das da. Mein Gott, dann kauf das halt. Mein Gott. Ist doch jetzt schon da. Aber wenn man doch schon vor einem Jahr beschlossen hat, das Ganze zu pausieren. Warum kommuniziert man das dann nicht öffentlich? Warum sagt man nicht, ja ey, ich mache mal jetzt einen kleinen Stopp und so, weil ich erhoffe mir einfach langfristig von meiner Marke was Besseres. Ich möchte wirklich mit meiner Mode, ich möchte nachhaltiger werden, ich möchte bessere Stoffe verwenden. Nein. Stattdessen wird ja immer wieder aktiv dafür Werbung gemacht. Vermutlich, weil das verkauft werden soll. Egal, ob die Werte hier anscheinend übereinstimmen oder nicht. Das heißt, man bewirbt und verkauft Klamotten und möchte sie aktiv an den Mann bringen, hinter denen man doch eigentlich gar nicht steht. Was ist das, was du so gehört hast, betreffende Produktionsdauer von Klamotten? Was ist so der Standard in der Branche? Bruder, das geht ganz schnell. Wenn du nur irgendwo, also wenn dir alles egal ist, dann geht das in der Woche. Wenn dir alles egal ist, du kannst ein Logo hochladen, Bruder, das kommt irgendwo aus der Türkei, irgendwo her. Kommt vielleicht aus Bangladesch, aus China, no one fucking knows. Wenn dir alles egal ist und du sagst, okay, I don't give a fuck, ich will irgendwas auf dem T-Shirt haben, dega, dann machst du es in der Woche. Und wenn du dann eigene Standards hast, die du einhalten willst, wenn du beispielsweise Zertifizierungen einhalten möchtest, wenn du die Fabriken besichtigen möchtest, wenn du mit, wenn du unabhängig mit Arbeitnehmern von Arbeitgebern, die als Fabriken T-Shirts erstellen, sprichst und dann so ein bisschen die Mühe machst, dann kann das Jahre dauern. Jahre. Dann ist nach oben hin alles offen. Das ist zumindest das, was ich dem Ganzen entnehmen kann. Und irgendwie gibt man ja auch genau das zu, was wir eigentlich kritisiert haben, aber man möchte es nicht mir direkt gegenüber zugeben. Man sagt, naja, ich habe das schon vor einem Jahr gemerkt. Okay, aber dann müsste es dir doch umso leichter fallen zu sagen, ja, ist halt so, ja, ihr habt recht, das stimmt, das ist nicht nachhaltig, das ist nicht das, was ich vermitteln möchte. Nein, stattdessen wird man jetzt persönlich. Und sich aufs moralische Fashion-Podest zu erheben, während jedes zweite Teil auf ihrem Insta in ihren Videos literally von Asos oder Zara im größten Fast-Fashion-Giganten ist, gegen die Scheiks nicht mal ein Furz ist, plus keine Kinderarbeit, Ausbeutung etc. stattfindet. Das sind jetzt die Bilder, die ich dieses Jahr gepostet habe. Ich poste nicht viel, es tut mir leid, meine Instagram-Zuschauerschaft, aber wir können das gerne durchgehen, wir können gerne analysieren, was ich von Asos habe, was ich von Zara habe. Ihr könnt aber auch gerne einfach noch mal kurz in mein Video reinhören. Es geht auch nicht darum zu sagen, ja und die Marke ist schlecht und das ist schlecht. Sie hat das nicht gesehen. Sie hat das nicht gesehen. Sie hat das Video nicht gesehen, ne? Kauft das nicht und das ist günstig und das ist so schlecht zusammengesetzt. Am Ende des Tages ist es euer Geld und es ist euer Körper und euer Geschmack. Wenn ihr sagt, ey, ich finde dieses T-Shirt von Zara schön, ich finde dieses T-Shirt von H&M schön oder von About You, dann kauft euch das. Der Konsum ist das, was entscheidend ist. Kauft, was ihr wollt, aber kauft das bitte in Maßen. Ich möchte nicht euch persönlich angreifen. Es geht mir nicht darum, euch hinter der Kamera dafür zu bashen, dass ihr Fast Fashion kauft. Das ist mir egal. Wir sind eben in dieser Gesellschaft. Doch, ich bashe schon. Also jeder, ja wirklich, der so diese, nee, ganz ehrlich, nee, ich bashe da rein. Ganz ehrlich. Wo man eben an allen Ecken Fast Fashion sieht. Hier wird eingeredet, dass du das brauchst. Du siehst das in dem Schaufenster. Du siehst es vielleicht an der Schule, an einem anderen Mädchen und denkst dir, boah, das ist so schön, ich brauch das. Das Wichtige ist der Konsum. Wie viel kauft ihr davon? Geht ihr jeden Tag shoppen? Geht ihr jede Woche shoppen? Macht ihr vielleicht diese riesen She-In-Haul? Allgemein würden wir in einer perfekten Welt leben, wenn es kein Fast Fashion gäbe und wenn wir kein Fast Fashion konsumieren würden. Das tun wir nicht. Und deswegen ist es unnötig, die Leute, die das kaufen, zu schämen, sondern was man machen kann, ist zu helfen. Man kann sagen, okay, achtet doch vielleicht einfach mal auf diese Stoffzusammensetzung. Baumwolle ist vielleicht gar nicht schlecht. Achtet doch mal darauf, wie die Nähte verarbeitet sind. Dann habt ihr wahrscheinlich viel, viel länger was von dem Oberteil, wenn ihr euch was Schönes raussucht. Und auch anhand meiner Videos könnt ihr sehen, ja, ich sitze hier oft in einem Adidas-Pulli und ich sitze hier in einem anderen Pulli und ich trage vielleicht dieses bunte Oberteil. Und das, was man halt auch sieht, ist, dass ich die Oberteile regelmäßig trage. Ich trage teilweise Oberteile von vor ein paar Jahren und ich werde sie auch noch in ein paar Jahren tragen. Ihr solltet euch Klamotten aussuchen, die ihr regelmäßig tragen könnt. Die halten, ja. Die nicht nur für eine Saison sind, die nicht nur für einen Tag sind und die nicht nach einem Tag zerfallen. Das ist ja das, was wir auch mit den Videos bewirken möchten. Wir möchten ja aufklären. Und das haben wir auch in dem Video über keiner gesagt, über die Marke. Wenn ihr schon was kaufen möchtet, dann kauft beispielsweise diese Hose. Mehr ein Teil, was man irgendwie mal tragen kann. Und das wäre die Hose. Wir haben sogar mal ein Video über Trendy Yole gemacht, wo wir sogar gute Sachen gefunden haben, obwohl das auch Fast Fashion ist. Aber wisst ihr was? Das Ganze hat nichts, aber auch gar nichts mit der Kritik zu tun. Denn hier wird versucht, sich auf eine Stufe mit mir zu stellen. Naja, was hat denn Sascha schon zu melden? Guck mal, dir jedes zweite Oberteil von dir ist doch von Asos oder Zara. Jaja, super lame. Das ist ein bisschen schwach, ehrlich gesagt. Selbst wenn, die Kritik bleibt doch dieselbe. Ich trinke Privatalkohol, darf aber sehr wohl kritisieren, dass die Werbung für Alkohol auf Social Media fragwürdig ist. Es geht nicht darum, eine Privatperson zu kritisieren. Und das habe ich auch nie bei Kyla. Es ist mir egal, was sie in ihren Videos trägt, privat trägt oder auf Social Media. Es geht darum, was sie an ihre Leute verkauft, welche Qualität das ist und dass es eigentlich komplett widersprüchlich ist zu dem, was sie eigentlich nach außen tragen möchte. Sie versucht nicht nur, sich auf eine Stufe zu stellen und zu sagen, ja, aber wenn Saschka fast Fashion trägt, dann hat die nichts zu melden. Soll sie mich nicht kritisieren dafür, dass ich eine Marke habe mit 450 Teilen plus weitere Incoming? Das Statement war ein Fehler. Das war so ein Fehler, Mann. Wir von der Statement GmbH, Bruder, wir schlagen die Köpfe, die Hände über den Kopf zusammen. Warum es immer wieder vorkommt, dass solche gigantischen Influencer keinerlei Beratung haben, wenn es um solche Sachen geht. Wie kann das sein? Das sind millionenschwere Reichweitenmonster. How the fuck haben die niemanden, der ihnen sagt, frag uns doch bitte, bevor du irgendwas postest dazu. Wenn du ein Statement machen willst, frag uns doch bitte. Ich weiß, Beratung kostet Geld, aber weißt du, was auch Geld kostet? Wenn dein Ruf ruiniert ist. Ah, Mann, ey. Wirklich, ey. Da fahre ich mit dem Gamerbrother persönlich hin und rede zum Fitting für die Autumn-Winter-Edition und machen wir ganz kurz mal ein Briefing. Versucht auch noch, mich zu diskreditieren. Aber die Kritik bleibt dieselbe. Verstehst du das nicht? Es macht keinen Unterschied, was ich trage, weil es um deine Marke geht. Meine Intention ist es nicht, den Leuten pehnet dran, Klamotten anzudrehen. Im Gegenteil. Eine Frage, würdet ihr ein T-Shirt kaufen, wo mein Gesicht drauf ist? Mit dem Finger auf mich zeigen relativiert nicht die Kritik an der Gesamtheit des Konzepts. Zumal Keiler aktiv von ihrer Marke Fast Fashion und der daraus resultierende Verschmutzung profitiert. In meinen Augen ist das eine Opferrolle und der Versuch, mich runterzumachen, um nicht auf Kritik eingehen zu müssen. Zumal ich ja nicht mal verlange, dass ihr kein Fast Fashion kauft. Aha. Das sehe ich genauso, Schui. Ich finde dieses T-Shirt von H&M schön oder von About You, dann kauft euch das. Der Konsum ist das, was entscheidend ist. Geh auf die Kritik ein. Aber man bringt mich jetzt in die Bredouille, mich erklären zu müssen und mich rechtfertigen zu müssen, dass es nicht so ist. Und selbst wenn es so wäre, es kein ausschlaggebender Punkt wäre, weil die Kritik immer noch dieselbe ist. Und dann tue ich das auch noch. Ich sitze hier und rechtfertige mich dafür, obwohl das nicht mal ein Punkt ist. Es ist kein Punkt. Ja, aber es hat ja dann in dem, also es wird ja in dem Fall als Angriff genutzt. Gleich im Atemzug sagt sie dann auch noch, dass keine Kinderarbeit Ausbeutung About You oder Shikes besser wäre als Zara oder Asos. Beispielsweise von den Herstellungsländern ist es ähnlich wie Zara. Und das sind Billiglohnländer. Dass sie da jetzt hinschreibt, keine Kinderarbeit und keine Ausbeutung, ähm, okay, dann vertraue ich mal darauf. Ich vertraue mal darauf, dass diese Oberteile, die dann auf 8,90 Euro reduziert wurden, hoffentlich nicht unter schrecklichen Bedingungen produziert wurden in China, Bulgarien oder der Türkei. 8,50 Euro oder 8,90 Euro, Ladies and Gentlemen. Sicherlich, sicherlich. Gut, wenn sie ihre Hand dafür ins Feuer legt und sie das ja extra hinschreibt, dann vertraue ich mal darauf, okay? Ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass About You so viel besser ist als die beiden. Ja. Aber Kyla tut es anscheinend und dann kann ich da halt auch nichts gegen sagen. Dann schreibt sie weiterhin, aber bei mir ist halt alles schlimmer, weil ich mit einem tollen Projekt in Indien Müll sammeln gehe und vegan bin, weil ich nicht will, dass Tiere für mich leiden. Halt dein Maul, Digga, ist das krass. Die Gefahr ist komisch. Ich weiß jetzt irgendwie nicht unbedingt, wo ich im Video erwähnt habe, dass es schlimm sei, dass sie vegan ist, aber es ist halt meiner Meinung nach ein guter Ablenkungsversuch. Man muss also entweder perfekt sein, um sich über wichtige Dinge zu äußern oder konstant nur andere kritisieren, Finger zeigen und somit selbst null Angriffsfläche bieten. So ist es auf jeden Fall bequemer. Lamer Take und genau deshalb posten die meisten Influencer leider über nichts Wichtiges, weil es ihnen am Ende wirklich immer vorgeworfen wird, egal wie gut die Sache an sich ist. Oh mein Gott, Alter. Oh no, no. Das sind doch deine Werte, die du vermitteln wolltest, für die du dich einsetzt. Und wenn man das plötzlich gegenüberstellt, gegen diese fast Fashion-Marke, heißt es plötzlich, muss man denn perfekt sein, um auf wichtige Dinge hinweisen zu dürfen? Ja, aber wenn ich darauf hinweise, dann heißt es plötzlich, dass ich mich nicht dazu äußern darf, wenn ich ja selbst fast Fashion trage. Es geht um den Versuch zu gucken, okay, was kriege ich für mein Geld? Was kann ich dafür kriegen? Wie kann ich darauf achten, dass ich die Klamot möglichst lange behalte? Ja, that's it. Und was wir halt bei Firmen bemängeln ist, warum man das überhaupt produzieren muss. Ich stelle nochmal die Frage, warum sitze ich hier, verplemper in meiner Zeit und rede über eine Kollektion, die wir schon tausendmal gesehen haben, in jedem Schaufenster vor mehreren Jahren? Kyla steckt dahinter, Kyla promotet das, Kyla möchte die Produkte an den Mann bringen. Und zwar exzessiv, mehrfach im Jahr. Keiner erwartet Perfektionismus, aber Influencer haben die Möglichkeit, etwas zu verändern. Und du hast dich entschieden, mit deinen Möglichkeiten Fast Fashion zu produzieren. Das ist normale Kritik, das ist nichts Persönliches, das ist nichts Angreifendes. Ja, das ist auch, man muss da mal so ein bisschen klarkommen mit, Alter. Ich sage das jetzt einfach mal auch wirklich auf mich bezogen, weil ich ja eine Parallele dazu habe. Wir haben ja mit Anvil eine Tastaturenfirma, wo jetzt ich da mit drin sitze. Also wirklich die Firma. Ich bin da mit in der Firma. Eine Firma. Und die Kritik, die dazu ist, ist, das ist zu teuer. 260 Euro für eine Tastatur, die in Deutschland zusammengeschmiedet wird, in so einer Garage, ist zu teuer. Ist alles ausverkauft, die können doch gerade aktuell nicht kaufen. Ich sage nur, ich verstehe die Kritik, es ist zu teuer. Aber dann kaufst du die nicht. Es geht nie jüngstiger. Geht nie jüngstiger. Deswegen sage ich doch nicht zu den Leuten, die gesagt haben, die das nennen, sage ich doch nicht, nur weil ich vegan bin und ich mein politisches linkes Weltbild habe, sagen die Leute das zu mir. Aber selber hast du mal was für 250 Euro gekauft? Bruder, das ist doch peinlich, Alter. Das ist doch peinlich. Mit sowas kann man doch umgehen. Mit sowas kann man doch umgehen. Weißt du? Ich verstehe gar nicht den Reiz dahinter, hart reinzugehen. Ich verstehe das gar nicht. Das war einfach nur normale Kritik. Mein Video oder den Inhalt des Videos als layman take zu betiteln, bin ich dann doch ein bisschen fragwürdig. Weil wie gesagt, man hat ja oben geschrieben, ja, und ich habe das schon vor einem Jahr beschlossen zu pausieren, weil hier die Werte eben nicht übereinstimmen. Aber wenn ich das in dem Video sage und sage, ja, ey, deine Werte stimmen nicht mit deinen Klamotten überein, dann ist das ein layman take. Und jetzt so zu tun, als ob Influencer nicht sagen dürfen, weil es ihnen dann vorgeworfen wird, das ist ein layman take. Dann kommt noch dieses Video, wo sie in die Kamera spricht. Ich würde auch sagen, ich finde es mega cool an die Leute, denen das wirklich wichtig ist, das Thema und die mir auch normale menschliche Nachrichten dazu geschrieben haben, dass sie es einfach interessiert. Ich finde es voll cool, dass ihr euch damit beschäftigt, euch das wichtig ist, weil es ist mir auch wichtig und ich beschäftige mich auch damit. Auch wenn ich eine Modemarke habe, deswegen, ich habe ja auch meine Schritte, meine Maßnahmen erzogen und habe Dinge gelernt in den letzten Jahren und habe meine Konsequenzen aus diesem Wissen gezogen, die ihr natürlich alle jetzt nicht seht und wenn dann eine Sascha so ein Video macht, dann denkt ihr auch gar nicht daran, aber vor allem die Leute, die mich halt sonst nicht kennen. Aber naja, das dazu, das sollte auch nicht entmutigend sein oder so klingen, als würde ich das nicht gut finden, dass sich Leute dafür interessieren, weil die Leute, die das machen, ich finde das toll. War mein Video nicht auf eine normale Art und Weise formuliert, dass man das so hätte annehmen können? Nee, stattdessen wirft man mir in der nächsten Story vor, dass ich angeblich Sachen aus älteren Kollektionen genommen hätte und eigentlich hätten die ja ganz cute Sachen. So und das finde ich wirklich richtig reißend. Okay, gut, greife ich persönlich an, sag, dass ich mich auf dem Fashion-Podest erhebe, von mir aus, meine Güte. Aber irgendwann ist es auch immer gut. Ich habe nicht Sachen aus alten Kollektionen genommen. Ich habe querbeet alles genommen. Und Verzeihung, aber das sind über 450 Teile. Sie hat ja gar nicht die 450 Teile nach Aktualität sortiert. Sie hat einfach querbeet bestellt und das ist schon unfair. What? Oh, come on. Why? Was ist das denn jetzt? Ich peile den Disney mal. Da ist es wirklich, da ist es wirklich schwer, da einen guten Überblick zu schaffen. Das Video sollte ja keine zwei Tage lang sein. Es wurde ja nicht kritisiert, dass die Sachen nicht cute wären. So, das juckt ja niemand. Das ist ja die Meinung von den Leuten. Das ist ja die persönliche Meinung, ob die die Sachen cute finden oder nicht. Das, was kritisiert... Das juckt ja keinen. Let's go. ...wurde war teils die schlechte Zusammensetzung und die billige Verarbeitung. Diese ganze Sache, diese Kritik nutzt man für Werbung, für seine eigene Marke. Wo ja die Werte eigentlich gar nicht mehr vereinbar sind, ne, mit About You. Und ich muss halt auch noch dazu erwähnen, unser Video wurde gedreht, bevor diese Kollektion rauskam. Ich habe einfach nur unmenschlich lange gebraucht, um dieses Video zu veröffentlichen, weil es so viel Material war. Ich arbeite ja auch alleine, deswegen hat das einfach lange gedauert. Nächstes Mal versuche ich dann wirklich jeden Tag mal reinzugucken, ob da nicht vielleicht doch was Neues rauskommt. Aber ja, man kann einige Dinge unterstellen, dann ist das so. Unterstellen wir das ruhig. Das ändert aber nichts an der Kritik. Da können die Sachen noch so cute sein, wie sie wollen. Ich glaube, das Statement ist dreimal schädigender als das Sascha-Video. Korrekt? Es ändert ja trotzdem nichts an der Kritik. Das finde ich einfach ein bisschen perfide, dass man die ganze Sache noch nutzt, um Werbung zu machen für seine neue Kollektion. Okay, kommen wir jetzt mal zum Ende. Mann, ist das doch voll lang geworden, oder? Kleine Preise, schlechte Verarbeitung und viele Hauls, das seht ihr Jahr für Jahr auf allen Plattformen. Und nun mischen sich kontinuierlich immer mehr Influencer ein, wo ein Fast Fashion-Riese auf sie zukommt und sagt, hey, hast du nicht schon immer den Traum gehabt, irgendwas zu designen? Bruder, Alter, das Ding ist, ich würde mittlerweile sagen, sobald man Affiliate-Streamer ist und 30 durchschnittlich Zuschauer hat, kriegt man E-Mails von diesen Firmen. Also es sind dann halt unterschiedlich große Firmen, aber das fängt sofort an. Ja, wahrscheinlich nicht, aber jetzt hast du den Traum, oder? Ja, bring doch mal deine eigene Marke raus und zack, gründest du mit 19 ohne jegliche Expertise eine Modemarke. Einfach so. Und deine Werte werden über Bord geschmissen und du versuchst zwar kontinuierlich nachhaltig zu werden, merkst du aber irgendwann, dass bei About You die Möglichkeiten bei der Nachhaltigkeit eingeschränkt sind. Obwohl du das Ganze pausierst, werden Kollektionen fürs nächste Jahr geplant, die du fleißig promotest. Und anstatt die Kritik anzunehmen, die du ja eigentlich schon selber reflektiert hast, versuchst du die Person zu kritisieren und zu diskreditieren, die diese Kritik rüberbringt, ohne dabei auf die eigentliche Kritik einzugehen. Ich möchte es einfach nochmal an dieser Stelle sagen, ich habe kein persönliches Problem mit Carla, ich kenne sie gar nicht. Es sollte einfach nur ein Video sein, wie es viele waren, wo es um Mode geht. Und es war auch ein echt sympathisches Video, muss ich sagen, ja. Die Mom von Sascha ist eigentlich echt eine sympathische Person und ich fand da sogar dieses guter Kopf, böser Kopf total krass. Der Angriff auf Sascha ist in dem Fall komplett unberechtigt, weil sie ja die ganze Zeit gegen gesprochen. Die Mutter war hart und sehr based und Sascha hat am Ende dann immer wieder da gesessen und gesagt, ja, aber wenn euch das gefällt, dann kauft euch das gerne. Es ist vielleicht in der Qualität nicht ganz so geil, aber es ist okay und so. Das ist so, ach, come on, Alter. Das ist, ach, man ey. Warum machen Influencer immer so beschissene Statements, Bro? ...wo es um die einzelnen Pieces geht, wo es um die Geschichte einer Marke geht und es sollte um das gehen, was euch interessiert. Und das war eine der Marken, die ich mit am häufigsten bekommen habe. Und ich hatte gehofft, ich hatte wirklich gehofft, wir sitzen da und wir sagen, ey, das ist geil, das ist cool, das ist gut verarbeitet, das ist schön und, ähm, ja, kauft euch das. Aber das, was wir gesehen haben, hat leider nicht dem entsprochen, was man eigentlich erwartet. Das ist schade, aber das ist nicht unsere Schuld. Es geht nicht darum, jemandem zu schaden. Es sind deine Fans und denen solltest du was Gutes bieten. Etwas, was lange hält, was eine gute Qualität hat. Das ist wichtig. Vordergrund sollte nicht nur stehen, dass man selbst den größten Vorteil daraus hat, sondern das Wichtigste ist, dass deine Leute damit zufrieden sind, was du ihnen verkaufst. Wenn das Einzige, was man daraus zieht, ist, zuzumachen und wie ein trotziges Kind zu reagieren und auf andere loszugehen, dann ist das schade und dann ist die Kritik leider komplett an einem vorbeigegangen. Kann ich halt auch nicht mehr zu sagen, aber vielleicht könnt ihr ja einiges dazu sagen. Wie habt ihr denn das Video wahrgenommen? Habt ihr das Statement gesehen? Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Schreibt bitte nichts bei ihr. Ich habe keine Lust darauf, dass dann irgendwie gesagt wird, dass da irgendwelche Leute rüberkommen und die das schlecht findet. Ich will das nicht. Tobt euch einfach hier unten aus und dann gut ist. Aber schreibt mir sehr, sehr gerne eure Meinung in die Kommentare und lasst auch gerne dem Video einen Daumen nach oben da und lasst mir auch gerne ein Abo da und dann sehen wir uns ganz, ganz schnell nächste Woche wieder bei einem neuen Video mit eurem Girl. Das ist ein sehr gutes Video. Das ist das Besondere an Stay's Tastatur. Sie ist teuer und damit besonders. Kommst du in meinen Stream, dann geh ich ehrenlos auf Mutter. Danke, Micky, an der Stelle. Ich geh ehrenlos auf Mutter.